Ein wunderschön Jutner. Hallo Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stage 9 Star Trek Enterprise D. Die Tour, sag ich jetzt einfach mal. So, es ist verdammt langer, die virtuelle Tour, so rum. Ach, dieser Titel, ich merke ihn mir nie. Er geht nicht ganz so flockig von der Hand. In der letzten Folge haben wir eine Runde mit dem Shuttle gedreht, haben sogar die Untertassensektion abgetrennt, sind dann ins Wettall gefallen und nach einer kleinen größeren Runde durch das Shuttle-Hangar, durch das Haupt-Hangar und mit kurzer Besichtigung des vorderen Teils des Runabouts sind wir dann über die Turbolifter, wo wir angekommen sind, jetzt auf Deck... Moment. Geht zurück. Sieben, ne? Ne, acht. Bei Picards Quartier. Und das schauen wir uns mal an. Ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, sieht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, ein bisschen schneller hier. Ja, das sind die Bereiche. Haben sie schön mit Kraftfett abgesperrt. Ne, das kann man machen. So. Captain Picard. Da geht es sogar extra Licht an. Oder? Kann man das gerade nur so vor? Ne, warte. Doch, guck. Ah, naja, gut. Da sitzt auch schon wieder einer drin. Sage mal, haut ab. Geh weg. Sag mal. So, was hat Picard alles so in seinem Zimmerchen? Einen gläsernen Schreibtisch. Ein Laptop. Ein Rekorder, den wir auch nutzen können. Lülülülülülülülü. Lülülülülülülülülülülülülülülülülülü. Äh. Ist aber kein medizinischer Rekorder. Nehmen sie noch. Bestimmt. So. Ich habe sogar den Tisch getroffen. Ach, Sachen gibt's. Äh, Faser, komm. Uh. Upsi. Ähm. Es ist, äh, ich weiß nicht. Ähm. Geht's doch bestimmt gut. Hoppala. Äh. Aber anscheinend juckt's keinen. Also, ist schon okay. Ist nie passiert. Ähm. Ähm. Wir machen ganz normal weiter. Ist nichts passiert. Äh, gut. Also, oh, das ist die. Flöte von Picard. Das klingt falsch. Na. Ja. Oder? Ist das die Flöte? Da gab's auch eine ganz bekannte Folge. Naja. Der gute alte Picard. The Godfather. Family Album. Okay. Das ist der Columbia. Oh, Godfather fand er so gut. Äh, hat er sogar zweimal. Ex-Half-Late. Naja. Ähm. Den beachten wir einfach gar nicht. Ähm. Läuftig. Danke. Äh. Das, ähm. Ich wollte gar nicht. Ich hab aus Versehen auf Feuer gedrückt. So. Ähm. Das ist das Bett. Wie man sehen kann. Und ein Badezimmer. Wie. Keine Schalldusche und kein Klo. Naja. Sind halt nicht fertig geworden, ne? Und das Waschbecken ist auch nicht ganz fertig. Naja. Dann kann ich alles haben. Aber. Die haben sich echt Mühe gegeben. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ja. Die, äh. Die Sensorenverlangs übrigens, äh. Ist wieder ganz, weil, äh. Spiel mal neu gestartet wurde seit dem ersten Teil. Den Speichern gibt es hier nicht. Warum auch? Man kann ja recht zügig zu jedem Bereich wieder zurück. Ähm. Wo man. Feuer mal war. So. Und der Käpt'n hat natürlich ein Zimmer in Richtung. Rund. Damit er auch gleich alles sieht, was auf ihn zukommt. So. Das war es dann schon für dieses Deck. Na klar. Eigentlich viel größer. Aber. Naja. Was willst du denn machen? So. Shuttle-Rampe hatten wir. Laboratorium. Pikas Quartier. Neun vorwärts. Aha. Und Stellare Kartografie. Fangen wir bei Null an. Crewquartiere. Hauptzentralkorridor. Crewquartiere. Okay. Auf dem Deck haben wir Crewquartiere. Ein Hauptkorridor. Und die Stellare Kartografie. Und Steuerbord. So. Dann schauen wir mal. Stellarit hier. Science Lab. Können wir alles nicht rein. Nicht so. Der weiß bestimmt, was ich hätte dem Fazer mitnehmen sollen. Und dann hätte ich ihn. Na ja, gut. Ihr seht's. Guckt mal. Der rote Alarm leuchtet immer noch. Aber das können wir ganz schnell beenden. Denn. Wir stehen einfach viel auf. Normal ist es nie was passiert. Oh, warte mal. Der rote Alarm. Äh. Nicht wirklich Einfluss. Okay. Es ist nie was passiert. Der rote Alarm ist beendet. Das ist alles cool. So. Was haben wir denn hier? Crewquartier. Können wir aber nicht rein. Können wir auch nicht rein. Auch nicht. Okay. Das sind reguläre Crewquartiere. Nichts Großartiges. Nichts Besonderes. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. So. Dann joggen wir mal ein bisschen. Geh weg. Mit Oberlift, oder? Jo. Mit Oberlift. Erkenn ich. Crewquartier. Auch ein Crewquartier. Was haben wir hier? Noch ein Crewquartier. Warte, wir können in keins rein. Hm. Noch eine Bar. Das. Es gibt nicht nur 10 vorne. Es gibt auch 9 vorne. Bisschen kleiner. Enterprise. Ehe. Ah. Komm. Äh. Romulanisches Ehe. Na? Of the finest crew in Starfleet. Hört, hört. Äh. Äh. Trinken klappt immer noch nicht. Ach. Wenigstens ordentlich auf dem Tisch abgestellt. Tja. Seht mal einer. Seht mal einer. Guckt mal einer. Guckt mal einer. Okay. Naja. Für Seitenausgang hatten wir jetzt nicht so viel gebracht. Haupteingang. 1, 2, 3. Müssen wir jetzt hier. Ups. Hopp. Hopp. Okay. Null. Irgendwie. Entfernung vermessen. Hm. Das ist wahrscheinlich noch was von den Entwicklern. Ja. Das sind die Überreste der Entwickler. 0, 1, 2, 3. Wahrscheinlich ein Hilfeschrei. Aufrohr gegen CBS. Ich finde es wirklich schade, dass die das einfach... Ja gut. Mehr zu sehen gibt es hier nicht. Dass die das halt abgesägt haben. CBS. Das ist... Damit machen die sich nur persönlich unbeliebt. Vielleicht sind die auch einfach nur neidisch, weil die selber sowas nicht auf die Reihe gebracht haben. So. Okay. Stellare Kartografie ist doch hier auch noch. Wo ist die? Da bin ich. Das ist... Crew Quartier. Stellare Kartografie. Wenn ich eine Kartografie wäre, wo wäre ich dann? Wo wäre ich dann? Wenn ich eine Kartografie wäre, wo wäre ich dann? Irgendwo, wo es schön kartografisch toll ist. Aber wo wäre das? Vielleicht bin ich auch schon vorbeigelatscht. Ey, wenn es weitergeht, muss ich hier selber... ...ein großes Star Trek Buch rausholen. Stellare Kartografie. Äh, ne. EPS. Ne. Crew Quartier. Crew Lodge. Hm. Kannst da hier irgendwo sein. Biologie-Labor. Hm. Vielleicht Tobolift. Storage. Okay, ihr seid Brüder, oder? Biophysics. ODN-Access. Wie doch. Crew Quartier. Nee, ja, auch nicht. Das ist aber ein nette Club. Liegt da eben... Komm mal, ein Fässer. Ein Typ-Drei-Fässer-Gewehr. Was man nicht so alles findet. Ähm. Aber gut. Nur krumm gespielt. Hm. Astrophysik. noch nicht. Geologie. Oh. Hier. Oh, ich dachte schon, ich find's nie. Willkommen in der Kartografie. Am häufigsten oder am ehesten kennt man's aus Star Trek Treffen der Generationen, wo Dator und Picard hier dritten saßen und den, äh, das Band verfolgt haben und wie es sich bewegt hat. So, ein bisschen langsamer, nicht, dass ich hier runterfliege. Kann ich mir hier was anzeigen lassen. Tut, 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 tut. Äh, nee, bleib sitzen. Oh, nee, kann ich auch nicht drücken. Oh, schade. Und jedenfalls da hat man dann gesehen, äh, wie sie den Verlauf des Bandes, äh, gefolgt sind, um Soran zu stoppen. Ja, hätte man das Projekt nicht frühzeitig abgebrochen, hätten sie wahrscheinlich hier auch irgendeine Funktion reingebracht. Ah. Okay. Es erinnert mich so ein bisschen an, an den, äh, an den Raum von, äh, Charles Xavier aus X-Men. Das ist ja auch so, so diese Brücke, dann dieses Mittelteil und drumherum Cerebro. Ja, Cerebro, genau, so rum war es. Hihi. Mann, bin ich doof. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Okay, jetzt können wir aber ganz befriedigt in den Aufzug zurückkehren. Wo ist er denn? Aufzug? Hallo, Aufzug. Wenn ich ein Aufzug wäre, wo wäre ich dann? Ich wäre wahrscheinlich da, wo der Scotty ihn niemals vermuten würde, da hinten. Turbolift. Aber der funktioniert nicht. Aha. Habe ich einen gefunden und dann will er nicht. Warte mal, das ist noch einer, oder? Turbolift? Geht auch nicht. Gut, dann versuchen wir mal den. Tja, nicht jeder Turbolift ist anscheinend einsatzfähig. Auch nicht? Oh nein. Ich finde kein passender Turbolift. Kein Turbolift, der mich mitnehmen will. Oh nein. Nein. Ah, warte mal, das müsste doch dann der Hauptturbolift sein, mit dem wir angekommen sind. Ja. Komm. Nein. Dovi. Storage. Also ich werde es mir irgendwann ganz in Ruhe nochmal anschauen. Für euch ist es einfach nur, damit ihr es mal gesehen habt, wie wundervoll das hier ist. Und schade, dass es eigentlich so gut wie gar nicht mehr irgendwo im Internet, 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 Internet zu finden ist. Gotti, da bist du schon lang gelaufen. Ja, ich weiß, ich mache das mit Absicht. Ich bin Profi, kritisiert mich nicht. Ah, müsste ich doch, das wäre zwischendurch noch eine Abzweigung gewesen. so, warte mal, Racer, den habe ich hier als Wegmarkierung liegen lassen. Damit ich weiß, dass hier ein Topolift ist. alles geplant. So, Kampfbrücke, Aboretum, machen wir doch schon, Science Lab, Transporter, Shuttle Bay, Aboretum, Picards Quartier, Picards Quartier und Kampfbrücke. Captain Squad, Battle Bridge, ich Idiot, komm. Da gehen wir nochmal auf die Kampfbrücke, oder? Also, habe ich, habe ich die ganz, ganz außen vor gelassen. Ja, wobei, ich werde auch gar nicht hingekommen, da muss ich wahrscheinlich wirklich mitten, da, hörst du was? Ah ja, da musst du mitten aufzug gehen. Also mit dem Topolift. Das ist die Kampfbrücke, Kinder. Haltet euch fest. Äh, wollen wir die Untertassensektion abtrennen? Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Besser nicht. Nachher geht das Ding wieder nicht zusammen, ich gern das doch. Ich weiß nicht warum, ich meinte, man könne mit dem Schiff auch wo, ist nicht dein Ernst, oder? Du hockst hier, du hockst hier, hau ab. Die weg. Nein, halt nicht. Mhm. Ja, das ist die Kampfbrücke, die man das eine ums andere mal gesehen hat. Ich glaube, zum ersten Mal hat man sie gesehen, ähm, im Zweiteiler mit dem Borg, wo Captain Picard assimiliert wurde. Ähm, wie war das? Ähm, Kampf der Menschheit? Äh, ach, jedenfalls der Borg-Doppelteiler, man kennt ihn. Der Ready Room will auch nicht. Hm. Da kann ich nichts machen. Ich könnte separieren, aber nein. Das haben wir ja schon mal gemacht und wir haben gesehen, dass das nicht funktioniert hat. Ja, auf alle Fälle ist das die Kampfbrücke. Äh, Display ausmachen, Strom sparen. Hier ist die ganze Zeit rote Alarm. WGW-Alarm ist auch egal. Okay. Nein, nein, ist gut. Ist schon gut. Roter Alarm ist beendet, wenn ich da... Mann, der Turbillip funktioniert nicht. Das ist so typisch wieder. Ach. Komm wahrscheinlich auch wieder an Dienstag. Äh, hey. Hey. Treffen der Generation. Kommt erst am Dienstag, weißt du? So. Dann 10 vorne und Computerkern. Dann gehen wir erst mal nach zum 10 vorne. Mal gucken, ob sie Geinen mit eingebaut haben. Das wäre doch auch was. Ja. Jetzt nimmt die Tour so ein bisschen Fahrt auf. Da hat man diese wundervollen Räume. Also es ist wirklich ein Goldstück von Software. Anders kannst du es gar nicht sagen. Was da an Mühe, Liebe und Leidenschaft hinsteckt, um sowas zu machen. So. Ja. Ne Bar finde ich immer. Das ist... 10 vorne. Wenn das kein Romulanisches EL ist, auf die beste Crew der Sternenflotte. Hört, hört. Ich stelle mal ab. Und das kennt man natürlich aus der Serie. Ah, schön Schachspiel. Einfach wunderbar. Ach. Schade, dass ihr so je unterbrochen wurdet. Oh, da gibt es noch mehr Tische. In der Serie hat man das immer nicht so genau gesehen. Aber hier geht es weiter. Beiden Seiten eigentlich. ein bisschen mehr Musik untermalung wäre auch nett gewesen. Aber ist okay. Es ist genau so lang, wie man es braucht, um diesen wundervollen Moment, wenn ich nicht gerade wieder reinquatschen würde. Ah, hier. Das siehst du in der Serie eigentlich nicht so oft. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt mal gesehen hat. Crew Launch macht da eigentlich keinen Sinn, aber okay. Kann mich auch hören. Und hier. Noch so ein Rom. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, vom Captains Quartier bis zum 10 vorne. Computerkern. Äh, weiter Turbolift. Wenn Sie die richtigen Turbolifter wischen, dann dürfen Sie ihn auch nehmen. Äh, okay, jetzt habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kackt es ab. Aber nein, zum Glück nicht. Turbolift. So. Warum ewig lange suchen? In Wirklichkeit würde man ja auch den direkten nehmen, äh, den direkten Weg nehmen. So. Hallway, Hallway, Computerkern. Und da wollen wir nochmal hin. Oh. Ups. Oh oh. Äh. Und wir rein. Buch. Wenn ich nicht mich ausbe... Gegen die Tür gerannt. Ije. So, da haben wir ihn. Äh. So. Der Computerkern. Das war Arbeitszentrum für alles, was mit dem Schiff zu tun hat. Wenn du hier Scheiße baust, hast du Scheiße gebaut. Und nicht zu vergessen, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ne? Alter Fall. Hier, Kratzer am Boden, Schleifspuren. Ja, das sind die ganzen, ich sag mal, Server, ne? Also, jeder, der da mehr Ahnung hat, äh, kann mich natürlich korrigieren. Ich bin kein Profi. Ich hab das, äh, das Buch vor ewigen Zeiten mal gelesen, wo die ganzen Lehne der Enterprise drin sind. Ja, aber das sind Verarbeitungsräume. Server. Okay, das sieht schräg aus. Okay, da komm ich nie durch. Dann gehen wir mal wieder zurück. Also, das ist halt das Verarbeitungszentrum. Hier dürfte selbiges dann nochmal sein. Genau. Und hier ist halt alles gespeichert, was damit zu tun hat, mit dem ganzen Schiff. Ernstens, sie sind verdammt klein, aber die Vorzüge sind okay. Piep, 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 nee, kann ich nichts machen. Das haben die echt alles nach den ganzen Blaupausen, die du ja im Internet findest, aber auch in Bücherformen gab es das ja auch. Hab ja so eins. Ich weiß gar nicht, ob das für euch überhaupt interessant ist. Ich bin, ich find's einfach nur toll, was die gemacht haben. eher manchmal hängt es irgendwie so ein bisschen. So, wieder ein paar Brüder hier. Weil die nämlich gleich ausseht. Deswegen seid ihr Brüder. Hihi. Okay, dann haben wir das eigentlich auch schon gesehen, oder? Ich glaube, das nächste wäre dann wahrscheinlich sogar Holodeck. So, also, Battlebridge, Stellarkartografie, Computerkern, oh, Krankenstation und Holodeck sechs bis neun. Sickbay. Ja, Freunde, aber euch kann ich schon mal sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute, weil das war doch schon wieder eine ganz gute Runde, die wir jetzt gedreht sind und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo oder schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.